Oh ne, ey, nicht schon wieder, oder? Wow. Rote durchgehende Kettel. Ist das deren Ernst mit diesem Rot-Server? Ey, ich hab' ne Neo gekauft. Das ist doch... Merkst du wat? Nur wenn du ne Neo hast. Was ist denn das für ein Rot-Server? Der steht übrigens bei 222 Grad, kannst du immer nur auf die Map gucken. Der steht direkt rechts von denen oben bei der Zone, bei der Ausfahrt. Das ist doch nicht wahr, sag mal. Echt, ey. Da kriegen die den Server nicht gebacken, ne? Ich denke, da sind einfach zu viele Leute drauf. Dann sollen die den auf, weiß ich nicht, 90 Leute machen, oder so. Ja gut, jetzt waren gerade 20 Leute drauf, oder sowas, wo der abgeschmiert ist. Na gut, okay. Dann wird irgendjemand wahrscheinlich irgendwie ein bisschen mad auf dem Server gerade sein. Aber selbst wenn, dann sollen sie sich wenigstens ordentliche Protection holen. Echt mal. Wollt ihr da jetzt wieder drauf? Ja, klar, noch kurz auf jeden Fall, wenigstens. Die Punkte? Ich bin circa noch eine halbe Stunde am Stüssel, leider nur noch. Und dann... Ähm... Das wäre jetzt schade um die Punkte, ich meine, gut, die Punkte kriegen wir, glaube ich, eh nicht durch, da. Ja. Wenn das die ganze Zeit so weitergeht, dann nicht. Ja, nur mit jetzt einfach mal ein GMG oder so. Irgendwas Billigeres. Ja, ich komm mit. Nur Billiger hat er immer noch nicht angezeigt. Mann, 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 ey. Ich hab selten so einen schlechten KOT-Server gesehen, der so oft abstürzt. Ja. Allein jetzt schon vier, fünfmal? Na, jetzt dreimal oder viermal im Stream schon, ne? Ja. Mann, Mann, Mann. So, wundert. Ich hätte mir markieren sollen, hab ich auch nicht gemacht. Vielleicht starten wir jetzt mal komplett neu. Join mir nach. Ich bin auch schon drauf. Ich bin wirklich jetzt im Steam Online. Ähm... 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 Ja, da, GMG ist so. Haben die Stadt. Muss nicht fahren. Nee, muss nicht fahren. So, wo haben wir ihn denn, den Vido? Ähm... Ja, erstmal Gruppe. Der Rom. Ich muss jetzt kurz warten, bis das da steht. Bei mir ist das gerade ein bisschen ein Buggy. Ich muss mich freuen, das lässt du unbedingt mal wieder durchsortieren. Also... Ähm... Spielball drehen. So. Dum-dum-dum-dum. Äh... Ja. Peter verbindet. Mhm. Ich hoffe, ihr seid schon vorgefahren. Nee, wir warten noch. Schön brav ins Born. Du darfst schießen. Und er ist noch nicht abgestürzt. Nein, noch nicht abgestürzt. Genau, du hängst die. Nicht wundern, das Cash hab ich noch nicht zugefügt. Das kriegst du im Laufe des Morgentages. Ich weiß, ich muss das immer aktuell selber machen, weißt du. Ist... Eingeladen. Jo. Und... Ich hab auch... Nicht eingeladen, auch noch. Grupps... Medu... Exemplate. Ja. Ich bin mir die Gruppe nicht angezeigt. Medu... Ich bin noch nicht drin. Ja, doch, bist du. Also, nicht eingestiegen, mein ich im Auto. Muss nur grad wieder Sichtweite. Oh, soll ich schießen, oder was? Ja. Okay. Ist ja mal machen. Ich bin gespannt hier. Please read the rules, ja. Please don't shut down the server. Ich glaube, morgen... Hey, morgen hab ich Leiteressen, dann Samstag, Sonntag bin ich höchstens abends da. Hm. Äh, ja. Ach, ja. Ich würde gern mal morgen mit dir Arm drehen oder vier Ohren. Ein Andi gar nicht. Oh. Müssen wir mal gucken, kriegen wir bestimmt hin, in irgendeiner Art. So, meine Amazons sind leiser geworden, was ist da los? Können wir rühren. Ich hab bei mir einfach nur F1 gedrückt. Gefühlt sind wir leiser. Ist ne gute Idee. Ja. Ja. Gucken, vielleicht steht der Tank noch in der Stadt. Könnte sogar fast wirklich sein. Gehe ich eigentlich von aus, du weißt, der war geradezu an der Hauptstraße, oder ne? Wenn, dann steigen wir dann gleich einfach um. Ja. Wenn der nicht schon gekabelt wurde. Wenn der gekabelt wurde, haben wir ein Problem, dann sind die drei Grünen den gerade. Wahrscheinlich. Gucken wir schon, ob ich ihn sehe. Ne, noch nicht. Das brennt aber auch irgendwo was, ne? Hm. Ja, ich glaub, der brennt er. Ne, jetzt ist er gerade hoch. Jetzt ist er gerade hochgegangen. Bäääää. Ach, egal. Ne, weißt du, wieder ne? Ja. Jetzt gleich noch ne Straße recht. Hm. Und wieder rechts. Ja, wie gesagt, zu 50 wäre dann schon ganz gut. Aber es sind halt noch gerade mal zwei in der Sonne halt. Die sind bei grün halt, ne? Hier rechts irgendwo hab ich Schüsse gehört. Hm. Du musst halt aufpassen, dass der Panzer uns jetzt nicht endet. Weißt halt nur nicht, wo die genau sind. Wir sehen noch gar nichts, leider. Ja. Die haben jetzt something like that, was? Im Links? Hm. So, runter zum Gebäudekomplex. Ja. Ich wundere nicht, wo das geht im Stream mit der... Nachtsicht, das Hermalsicht. Ja, das stimmt. Aber es ist halt leider Pflicht, bei so einem Link. Ich weiß leider auch noch nichts mehr. Wo sind die denn alle? Die kommen wahrscheinlich jetzt gerade alle in die CDS rein, ne? Ah, 1,5,5. Ja. Ja, gut, klar. Die werden wahrscheinlich keinen Bock haben, da. Ja. Die können ja alle runter vom Server bleiben, kriegen wir unsere fett 50 Punkte. Äh, 50.000. Ja, aber jetzt muss ich nur noch 40 Punkte in Abwarten. Ja. Ungefähr. Äh. Und rechts. Keine Signaturen bisher, nix. Alles tot, gerade. Geradezu habe ich gerade irgendwas gesehen. Ja. Da irgendwo. Kann aber sein, dass er tot war. Äh, bin jetzt rechts davon. Äh, nichts mehr, leider. Ich fahre mal runter Richtung Strand. Hm. Als irgendwas hieß, Brüll. Ja, ja. Ich höre. Oh, Hawk. Rechts, rechts, ne? Glaub ich. Ja, der steht hier. Oh, einer war's, glaub ich nicht. Geld, Geld, Geld. Ja, leider nur einer. Heli habe ich angeschossen, also kannst du weiterhören. Ja. Rechts mal hoch. Äh, du bist ja jetzt Kommandanton, ne? Ähm, Amma... 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 Amma Tarex. Amma Tarex, muss ich erst mal den Namen, sorry. Muss ich mir erst mal merken. Äh, kannst du mal das Ding hochfahren, also mit Q oder E? Ah, ja. Nach ganz oben, weil das wäre ganz gut, dann sehe ich ein bisschen besser. Ach so. Diese Kamera, weißt du? Ja. Danke. 75 habe ich noch. Ja. Wenn die wüssten halt, wo die zwei sich verstecken, weißt du halt das? Ja, ja. Sind's schon 8 bei Grün, weißt du? Das ist unglaublich. Geradezu hatte ich ne Signatur eben gerade. Irgendwo da hinten. Weißt du, das wär jetzt lustig gewesen. Okay, hm? Ja. Na, ich hab nur gerade Objective under control bekommen, das war gerade passend so. Äh, ist nix. Nee. Unglaublich. Aber solange wir in der Zone bleiben, kriegen wir noch die Punkte. Wenn wir rausfahren, dann kriegen die wieder keine Punkte. Ja. Das ist unglaublich. Guck mal auf meinem Map, da ist mir angezeigt. Und, und. Hm, so kann man's auch machen. Die sind ja nicht auf dem Weg. Also, wir nehmen uns nicht auf dem Weg. Ja. Ja. Du bist du in der Zone. Ich hab mir noch mal drauf. Ja. 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 Ich und Sora und, äh, die. Ja. Gleich mal oben. Ja, jetzt rechts. Okay. Oh, desinkt. Oh, ja. Desinkt oder wir bleiben... Oh, oh, oh. Okay. Oh, was war das? Ja, desinkt, ja. Alter. Wenn wir jetzt gleich links oder rechts von uns... Wenn der Server jetzt schon bei 14 Spielern abkackt, dann weiß ich ja auch nicht, ey. Hm. Also eben hat einer geschrieben, dass der halt nur alle 24 Stunden mal restartet. Ja. Oben hier auf dem Tor habe ich eine Wärme. Nein, das war einer von den Grünen. Das heißt, da sind bestimmt noch mehr drin. Warte mal, bleib mal stehen kurz. Ja, noch einer. Bleib mal stehen kurz. Guck mal, ob das offen ist. Ist offen. Ja. Tiefen. Äh, hinter uns sind welche ausgestimmt. Also da, auf der Straße lang. Ich weiß mir aber schon tot ist, glaube ich nicht. Einen hat's Glück. Und da kommt noch was gefahren. Äh, rechts von der Straße, rechts. Das stirbt doch einfach. Ich fahre gerade mal hin. Ja, ja. Da war aber noch irgendwas links nebenüber gefahren. Wenn du den irgendwo siehst, schrei. Ich sehe ihn jetzt leider gerade nicht. Wer liegt hier? Lag da? Liegt hier direkt neben mir. Vor uns. Voraus, voraus. Ja, das hat gerade gesehen. Gedäseend, gedäseend. Ja, ja. Ja, ja. Okay, orientieren. Und wir zurück in die Stadt. Jupp. Da kommt einer mit per Fallschirm. Und dann... Den hatten wir schon, ne? Oh. Na, egal. Dann halt so. Hm. Irgendwo ist einer mit Fallschirm. Die haben sich wieder gerewifed. Also in dem Tower wieder bestimmt. Ey, hier ist einer mit Fallschirm. Ja. Weiß nur nicht wo. Ich sehe leider nichts. Das hat aufhören, darfst nicht zu schnell. Und wenn du irgendwo was erwarten möchtest. Ja, ja. Und wirklich ist halt mit Ansagen. Aber das ist halt schwierig meistens immer so. Ja, rechts. Ja. Nochmal rechts. Hm, wie bei der Gedachte. Keine Signatur, weißt du? Einer von den Blauen ist jetzt auch in die City gekommen. Okay. Der Einzelne Blaue. Hat's auch noch mal geschafft. Ja, von uns ist eigentlich auch nur einer, weißt du? Wenn wir draußen wären. Ja, ja. Das ist echt schon traurig. Von sechs. Oh, rechts. Der ist oben auf dem Turm. Zeig mal aus dem Turm. Auf dem Main Tower oder was? Ja. Aber nicht ganz oben. Ich fahr mal weg. So schnell wie ich kann. Ja, ja. Ich fahr mal weg. Oben, oben, oben. Ja, ja. Mach mal, ich guck mal, ob ich den rushen kann. Ich komm noch nicht hoch, ne? Ja, ich bin... Aha, den. Das sehen doch, ne? Ja, ich hab ja. Boah, Turm hoch könnten wir auch eigentlich. Ich denk, ich bleib jetzt einfach hier oben. Ich muss jetzt ran, mal gucken. Ja. Äh, ich hab mal kaputt fahren können. Fahr mal einfach so mit der Tür da links an das Haus ran. Dann steigst du steigst ja rechts links aus. Weißt du, wie ich mein? Dann repärst du uns einfach. Ich mach halt rundum noch kurz ein bisschen Deckung. Falls irgendwas sein sollte. Zumindest so gut wie es geht. Ich hab 21 Schuss, hab ich noch. Wow. So viel zum Thema. Ich steig auf der anderen Seite aus. Normalsteig man eigentlich links aus. Normal. Ich stell mich jetzt einfach hier hinten rein. Ja, ja, ja.